Leid, aber ich kenn schon den Spruch von Söckchen. Hey, was soll ich denn machen? Du kannst ruhig gegen die Wand fahren, hab nix dagegen. Das ist eine Real Performance, das, was wir vorhin machen wollten. Wie lange spielt ihr schon? Finde euch irgendwie amüsant. Wir spielen schon, seit das Spiel raus ist. Oder meinst du heute? Und heute seit 10, seit einer Stunde. Seit 10 Uhr. Ja, seit 10 Uhr offizieller Screen. Kannst ruhig gegen die Wand fahren, ja. Ich mach mal hier einfach ein bisschen Werbung, du, ne? Ich mach auch mal ein bisschen Werbung. Ich heiße Herr Bananenbrot, Herr unterstrich Bananenbrot, mach dasselbe wie der liebe Herr, nur nicht ganz so toll. Genau, Let's Play Live Show bei mir, jeden Freitag, Samstag, 20 Uhr. Nur nicht ganz so, mit ein bisschen mehr Haaren auf dem Kopf, sagen wir es mal so. Performance? Bist du sicher, das ist Performance? Ja, das ist Performance. Oh, scheiße, ich finde den Raptor jetzt auf die Schnelle nicht. Doch, den findest du. Den findest du, ich glaube an dich. Jawohl. Oh, Gott sei Dank. Oh, das wird böse. Ja, wir sind sehr amizant. Also ich bin den Raptor in Performance noch nicht so oft gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das wird. Das wird. Da ist schon, ey, da ist der Miguel, der ist Silber 3, ne? Entschuldigung, wenn ich unterbrochen habe. Miguel ist Silber 3, den müssen wir ja raushauen. Aber für Borossianer, wir machen das auch manchmal so, wir fahren einfach von einem Punkt zum anderen Serie und unterhalten die halbe Welt damit. Ja, mit Serienfahrzeugen. Das ist unglaublich. Wir fahren da einfach dem Sonnenuntergang entgegen, haben uns das fast... Ja, und quatschen über dies und das. Und das ist einfach so geil. Wir sind zuletzt mit der alten Corvette, mit der C2, zu viert, 250 Kilometer. Konvoi gefahren. Und drei Autos haben sich uns angeflossen, weil sie es einfach nur geil fanden, wie wir da entlang gefahren sind. Weg, Flex, weg, Flex, Flex, weg, weg, weg. Du kriegst nicht. Ich suche gerade den Miguel. Miguel? Sorry. Und René sucht Streit, so wie ich das sehe. Nein. Ich muss mich umstellen, das ist nicht mein Straßenskyline. Nein, jetzt fahre ich gegen den Baum. Der Miguel muss raus, Mädels. Der ist raus, der ist raus. Sauber. Aber ich habe voll die Soundprobleme. Ich auch. Ich auch. Hört sich der Soundprobleme, wie er sagt, das ist bloß. Ja, ja, ja. Voll am Kratzen alles. Bei mir nicht, bei mir nicht, bei mir nicht, bei mir nicht. Die Ferraris. Oh, das ist Keilerei. Oh, der Miguel ist gerade mir vorbeigefassen. Ja, die Fahrer, nein. Der ist schon drin, der Miguel. Der ist schon drin. Nein, es sind zwei Ferrari. Ja, der eine ist aber der Miguel, der war schon vorne drin im Dings. Boah. Boah, die Soundprobleme sind aber echt der Hammer. Ja, das ist zu gerade sehen. Selbst mein Spotify ist gerade aufgefahren. Scheiße, fuck, zu früh abgebogen. Ja. Boah, wir müssen Labra raushalten. Ja, und Miguel. Scheiße, fuck, ey. Der Raptor ist total, der Performance-Raptor ist total unangeneignet. Weil der kommt überhaupt nicht aus dem Quark. Ohne Scheiß. Der kommt voll nicht aus dem Quark. Ey, Miguel, gehen wir hier mal... Oder wer ist denn das da, der Ferrari da? Wir müssen uns, äh, für, für Performance-Blitzkeilerei eine neue Kombi auszusetzen. Konstellation, ja. Ja. Direkt raus mit euch, ihr Spacko. Danke. Der Einzige, den du erwischt hast, das war ich. Nee, den grünen Raptor. Verpisst, ich fahre irgendwo in eine Wand zum Scheiß-Wix-Ferrari. Boah, dieser Bra. Hallo, Säckchen, einen wunderschönen guten Abend. Und der besoffene Hälfte lässt grüßen. Ich habe heute noch nichts getroffen. Wieso fährt man auch noch so mancher Mama? Christian Miguel. Da hinten fährt er wiederum. Gitte mal noch. Na, na, alles ging. Depris-Fase. So. Wisst euch, das ist mein Punkt diesmal. Ja, einer. Wow, 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 wow. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich las ganz wenige auf mir sitzen. Mein Gott, der Raptor, ey. Der Performance-Raptor kommt überhaupt nie aus dem Quark, ey. Ohne Scheiß. So ein Assi-Fahrzeug. Hammer. Boah, ich habe gerade voll die Orientierung verloren. Scheiße. Miguel ist rausgegangen. Ja, sauber. Wow. Der Raptor war das. Mann, wieso fährt der nicht? Ohne Scheiß. Der Raptor ist manchmal den... Der ist so schlecht geworden, der Raptor, ne? Okay. Der Performance-Raptor ist so schlecht. Das gibt's gar nicht. Der dreht die Reifen durch, als wir es keinen Morgen gibt. Ach, er steht schon im Kreis. Natürlich. Wie geil ist das denn? Er steht schon da. Natürlich. Klar. Er wusste, er wusste, dass er das braucht, der Nächste. Ja. Er steht schon im Kreis auf der Karte, habe ich gesehen. Jawohl, natürlich. So kann ich auch gewinnen. Er steht da nimmer drin. Mann, Fahrer-Raptor, alter, der kommt doch noch nie aus dem Quark. Das gibt's nicht. Ohne Scheiß werde ich mir den empfohlen. Ohne Scheiß. Piss dich, du Scheiß-Raptor. Ich weiß nicht. Piss dich, du Scheißer. Ich kriege gar keine Punkte mehr zusammen. Das ist so ein Scheiß. Boah, die Soundprobleme, ne? Ja, das macht mich katakrassiv, sorry. Meine Fresse, alter, dieses Scheiß-Spiel ist auch schon seit dem Release. Es ist echt das beste Rennspiel für die Plays in der Erde, stimmt. Könnten wir ja alle machen, ohne Scheiß. Das war schlecht. Sehr schlecht. Ja, ich habe noch ein bisschen was bekommen. Boah, ist das ja auch so warm. Ne. Es wird aber Zeit mal für eine kleine Pause, finde ich. Für eine Raucherpause oder sowas. Hier, ruf die raus. Würde ich sagen, ne? Ja. Mach mal eine klitzekleine Pipipupupu-Pause, Schipselpause, Tränkelpause, Raucherpause und dann sehen wir uns gleich wieder hier in der Let's Play Live-Store. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann gleich immer noch dabei seid, ne? Bis gleich. Ja, bis gleich. Ach ja, ganz gut. Du kannst mir übrigens auch auf PSN schreiben. Ach man, jetzt muss ich wieder hier die ganze Unterhaltungsarbeit machen. Das ist ja formidabel. Da die beiden Helden sich zur Keramik hingezogen fühlen. Wenn ich es mal so sagen soll. Und jetzt sieht man nichts mehr bei ihm. Er ist ja ein Held. Jetzt sieht man wieder was. Ich verstehe den Mann nicht. Ich verstehe ihn nicht. Beiden. Jetzt mein Auto zwar hin, aber gut. Das hat aber jetzt eine Reparatur nötig, du. Ja, klar. Klar, Borussia. Kannst du gerne machen. Sie ist ja im Stream, denke ich mal, die Gaming-Tags, äh, die Gamer-Tags. Und wenn ich die, äh, die Farbkombi interessiert, das ist, ähm, äh, eluxiertes Orange, das hellere, und, ähm, die Sticker sind bei der Urban-Klasse dabei. Die, äh, sind, naja, du siehst, das sind so graue Krallen-Kratzer. So. Weg mit ihm. Ich geh wieder meiner Arbeit nach. Ich geh weg mit ihm. Das müsste man gleich mal sehen im Stream. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Ja, mir geht's soweit ganz gut, wenn Bananen mich nicht schubsen würde. Ihr habt ihr das Vinyl, äh, bekommen. Sieht, äh, schick aus. Darf man euch adden? Schon. Warte hin. Hast du schon? Hab ich schon erzählt. Achso, okay. Habe ich schon erzählt. Okay. Ähm. So. Ja, da geht's weiter, ne? Oder? Ach, nee, ist noch nicht da, ne? Ja, denke ich doch. Nö. Denke ich doch, nö. Prost zusammen. Ach, das ist ja, ich wollte mir noch was zu trinken. Da ist er wieder. Muss mir noch mal eben was zu trinken. Kleinen Moment. Ja, ja. Äh. 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 Was soll denn dat? Warum schubst du mich jetzt? Warum musst du mich jetzt schubsen? Ja, das gibt Rache. Rache ist Blutwurst. So, ähm. Was nehmen wir dann? Ja. So. Mit dem muss ich, äh, kurz auch nochmal zum Tuner gehen mit der Karre. Damit die auch in Clanfarben erstrahlt. Aber jetzt erst mal. Ah, Mist. Der ist in der Karte. Der ist auf der Karte. Mann. Weg mit dir, Mr. Narwal. So. Jetzt aber. Ach. So. Boah. Lalalalalala. Lalalalalala. Lalalala. 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 Da, 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 da. Hmm. Ich glaube, René könnte ein Rauchen gegangen sein. Aber. René bin wieder da. Hab noch schon mal nach was zu trinken holen. Jawohl. Weil ich gehe ein. Ich habe 28 Grad in der Bude. Ich wollte es einfach fragen, ob es eine längere Sitzung wird. Bei uns geht es eigentlich noch. Ja. Mir rinnt die Flüssigkeit runter. Ja. Ich habe mir jetzt was zu trinken geholt. Mhm. Schön lecker, schön kalt. Prost. Hey, das wäre gut. Ich hasse dich. Ich liebe dich auch, Flexi. Ich liebe dich auch. Boah. 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 Ich habe noch einen Kasten Cola da. Boah. Alter Schwede. Zum Wohle. Das ist übrigens Apfelschorle. Zum Wohle. Schön intensiver Apfelsaft, oder? Ja, sehr intensiver Apfelsaft. Prost, mein Lieber. Prost, mein Lieber. Ich lasse mir auch gerade gleich noch Apfelsaft ein, du. Oh Mann, ich lasse mir den Apfelsaft ein. Ich will ja hier nicht. Auf dem trockenen sitzen, während die Herren da was zum Trinken haben. Und damit ich hier auch keine Schleichwerbung mache, ist das Wasser. Ja, genau, Wasser. Ich trinke auch Apfelschorle nur. Hartes, hartes und sehr reichhaltiges Wasser. Hartes Wasser. Hart wie das Leben in der Wildnis. Hart wie das Leder. Hart wie wir. Hart wie das Leder. Das Leder? Ich dachte das Leben, aber gut. Ich habe auch jeden Tag Sex. Ich werde immer wieder jeden Tag vom Leben gefickt. Wow, warum steht der da? Alter Schwede, steht der da am Weg. Goodness gracious. I don't wanna lose your love tonight. I don't wanna lose... Borussia, danke für die Freundschafts-Anfrage. Ich nehme die nach dem Stream gerne an. Genau, wer mir Freundschafts-Anfragen schickt, nehme ich auch danach. Streamen, Prost, Samt, Wohle. Prost. Prost, Prost. Wir kamen auf die bescheidene Idee. Auf welche? Auf welche? Ohne was zu mischen. Er kann ja keine Apfelschorle machen. Er trinkt den Apfelschorle. ja sich alle frisch gepresst und mal wieder Anfrage jetzt gleich akzeptiert verheiratet Schweden Prozent abzunehmen Ruhe Mabahuti Papu und D Krupp-Grupp-Gruppe vorliegt allerdings um die vom Boden der Deutsch alle Städte der König der Manieren zu fahren schon wieder was am essen kann das sein nein nein was ist denn das pizza nein schwarzes goldgelände ausscheidung schwarzes gold ausscheidung apropos schwarzes gold ja keine schleichwerbung machen habe ich trinke cola ich verstehe es nicht so ihr könnt auch übrigens beide streams gleichzeitig verfolgen www.multi-twitch.tv gleichzeitig vor allem so nicht mehr ich bin gar nichts wie das ist gar nicht doch das ist ein ich streame heute ich streame nicht nein ach so ich streame im moment nicht hast du vorhin gesagt wenn dann vielleicht morgen übermorgen keine ahnung hast du doch gesagt oder nicht stream noch samstag nicht da mehr so eine idee kann ja voll schnack machen er kann noch wann so nach mitternacht heute muss morgen arbeiten ich glaube ja nicht wenn der morgen arbeiten muss ihr könnt doch samstag und dann bleibe ich halt noch ein bisschen auf ihr könnt doch so könnt doch ganz ihr könnt doch samstag stream dann schauen wir mal samstag bin ich was trinken dann komme ich ein bisschen später weil ich bin da sonst auch nicht da wie du bist samstag nicht da habe ich doch gesagt ja 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 du weißt ich habe ein gedächtnis wie ein eichhörnchen mit schöner was gut tschüss ich bin jetzt ich bin mit torree macht nix so man die traufe ist aber dass ihr bald gemacht wenn ihr vorne seid und die anderen ausgeschieden sind die an beobachtungsmodus war das und wir haben jetzt schon offen mit sicherheit nicht jetzt oder liegen systeme mit sicherheit nicht da kriegt ja keiner war der krim nachher abzug ne lass mal er kriegten wird er kriegen wir keine abzug ja sagst du er sagt ich ja aber ohne spaß weiße worauf ich mich freue auf lego als wenn das im multiplayer dann wir spielen ja gerüchte weise soll etwas rauskommen und zwar lego mortal kombat ehrlich jetzt egal ist das denn das sollte das kommt wenn ich mit lego mortal kombat holen fliegen die köpfe voll geil so ja willkommen zur let's play live show jeden freitag in samstag 20 uhr ausnahmestream heute war feiertag und gestern auch samstag wird es dafür kein stream geben habt ihr ja schon erfahren weil ich ja jetzt auch die feiertage jetzt ins feiertag genommen habe und davor auch den tag bestreamt habe als bonus und ich samstag leider nicht da bin dafür gibt es morgen wieder ein stream um 8 uhr wir werden morgen wow alter banane du mega sagt man ja gar nicht mehr du 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 schoko du schon ein du schokoguss mit migrationshintergrund so das heißt schaumgebäck auf waffeln mit migrationshintergrund das hat aber geil ausgesehen der herr muss doch nicht da schön in die dings rein ey in die in die leitplanke er kriegt sie gar nicht mehr ein das war vielleicht kein wesentlich kommende angeschossen die blätter fliegen da und da da war auf einmal der flexi am stehen bäam da war auf einmal der flexi bäbämm 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 schläge muss geben bäbämm nicht eingepennt ne kann das sein ich weiß es nicht weil er ist nämlich glaube ich auch aus der crew rausgeflogen alles Ich hoffe, dass er eingepennt ist. Das wüsste ich aber, Herr Kollege. Mann! Verreckt noch mal. Verreckt noch mal. Schön, dass wir drei jetzt nur noch übrig sind. Können ja Jungs zugucken, vor allem der mit seinem Sportverheilfen da. Oh Mann, ey. So fährt man. Das war gerade genial. Wir können ja normalerweise eigentlich gemütlich fahren. Ja, aber warum? Keiner, ich sag nur. Könnten wir. Könnten wir, müssen wir aber nicht. Das wird noch ein ganz böses Ende nehmen in der Einkurve gleich. Ich sehe das schon kommen. Wenn Banane die Aktion jetzt noch ein paar Mal bringt. Der peilt mich schon an. Ich sehe das schon. Nein, ich will, ich, hallo, will ich was von dir, du? Da muss man langsam fahren, Herr Kollege. Da muss man langsam fahren. Und nicht voll reindreschen. Ich klatsche lieber mit voller Kante. Leitplanke und fahr dann gleich weiter. Ich habe ein Leben verloren. Das wüsste ich aber, du. Natürlich hast du einen Leben verloren, du wirst noch eins verlieren. Was war das denn? Auf einmal war er nicht mehr hinter mir. Was war das denn jetzt? Ich bin über eine Bodenwelle gefahren. Ich habe mich so abgelassen, dass ich über die Leitplanke in den Graben bin. Wie geil war der denn bitte? Aber gutes Rennen gefahren. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Definitiv. Ich bleib stehen, ey. Kann es sein, dass die Chatleiste hängt? Ich glaube schon. Aber ich kann trotzdem mal die Chatleiste verfolgen, weil die Chatleiste hängt wirklich. Ähm. Ich bedanke mich. Ja, nicht zu danken, Borussener. Guten Abend, Leute. Hi, Schnoggi. Ja, bei uns läuft es ganz gut. Sie ist ja. Prost zusammen. Ja, vielen. Das ist selbstverständlich für einen Stream von uns. Ganz ehrlich. Die Chatleiste hängt. Ja, hauptsächlich auch um die Zuschauer. Genau. Und ohne mit Spaß. Dass ihr auch Spaß habt. Beim Zusehen natürlich. Und natürlich auch, dass ihr das Spiel seht. Obwohl ihr kennt es ja. Genau, beim Zuhören. Was wir so treiben. Genau. Oh, ja. Oder? Boah, da gibt es so geile Rennen wieder. 101 Rennen gibt es hier insgesamt. Dauert mir zu lange. Zum Wohle. René schweißt sich schon weg. Boah, ich muss auch noch was essen, ey. Mann. Ich trau mich, ich trau mich eigentlich. Weißt du, ich hab immer unglaublich, schreibt. Ich hab immer, weißt du, ich hab immer so ein bisschen das Bedürfnis im Stream nicht zu essen, das ist, ich finde das immer so ein bisschen unhöflich. Das ist meine persönliche Meinung, deswegen versuche ich immer so gut, es geht nicht zu essen. Zu trinken ist ja okay, aber zu essen. Ich find's immer euch gegenüber so ein bisschen unpersönlich sowas, deswegen mach ich sowas. So, om, 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 im Stream. Ja, so, weißt du, ich weiß nicht, ich bin da so einer, ne? Unglaublich, ja, haha. Also wie gesagt, ich kann den Chat trotzdem verfolgen, ne? Ich wollte gerade kein Auto auswählen. Oder der Mercedes genommen. Ich hab jetzt auch nicht drauf geachtet, aber ich hab den, glaub ich, den... Wir konnten keines auswählen gerade. Das meine ich, das meinte ich ja, das ist ja das, ne? Das ist jetzt auch irgendwie ein Fehler. Die sind einfach da und fertig die Autos. Aber das hat's auch schon mal gegeben, du. Ja. Unglaublich. Oh, euer Schätzchen, Rücken hab ich, du. Das werd ich verlieren, das ist aber sowas von klar. Das ist klarmobil. Klarmobil? Jetzt bei klarmobil. Ist alles klar? Nur bei klarmobil. Wie der mal schreit der Typ, ey. Ich find den voll geil. Ja. Der kommt meistens immer in der Kinowerbung. Ah, ma, 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 ma. Baum, 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 der Beinbaum. 50, oh, Mann. ja wir fahren hier auf eis ne ja das ist so klar so konzentration mädels habe ich eigentlich gerade punkte bekommen warum weiß ich gar nicht weiß es gar nicht habe nicht hingeschaut ich auch nicht habe auch nicht hingeguckt es ist aber auch viel also es kommt zwar auch aufs auto an aber meistens kommt es auch viel darauf an ob du die strecke kennt oder nicht wie du die strecke zu fahren dass es zum beispiel hier eine strecke die kann ich in und auswendig die kann ich im schlaf die kann sogar mit verbundenen augen ist einfach so das ist einfach so und wenn du die strecke wirklich richtig drauf hast wenn du weißt wie du bremsen muss wie du die kurve am schnellsten nehmen kannst dann ist das einfach dann fährt fährst du den anderen weg ja ich habe gesagt ist unhöflich du hast immer noch weiß hat er gesagt ist von morgen ja 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 und ist immer noch dran wem willst du das denn